Dann legen wir mal los mit dem heutigen Video. Wie ihr seht, bauen wir heute einen Radial Image Slider. Die Animation seht ihr hier schon und die ist gar nicht schwer. Wir gucken uns das heute an und benutzen dabei JavaScript, CSS und HTML. Also verlieren wir keine Zeit und legen los. Viel Spaß! Wie immer starten wir als erstes mit der Erklärung meines Setups. Und in der Videobeschreibung findet ihr alles, was ihr hier seht. Und da erkläre ich, wie das alles funktioniert und dass ihr genau hier starten könnt. Wenn ihr also neu seid, schaltet auf jeden Fall mal vorbei, damit ihr wisst, was ich heute vorhabe. Ansonsten findet ihr unten in der Videobeschreibung auch ein Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, wenn ihr Fragen habt. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit und bauen erstmal einen kleinen Slider. Um unseren Slider zu bauen, erzeuge ich mir erstmal eine Diffbox mit der Klasse Slider. In der Diffbox erzeuge ich mir zwei Buttons. Damit wir später in JavaScript die beiden Buttons identifizieren können, bekommen sie jeweils eine ID, nämlich Preview bzw. Next. Beide Buttons bekommen außerdem eine Klasse Slider-Button und zusätzlich eine Klasse Preview und eine Klasse Next. Sodass wir später etwas sehen, bekommen beide Buttons noch ein Image, also ein Pfeil nach links oder rechts, abhängig davon, ob es der Next oder der Preview-Button ist. So, dann legen wir mal los mit der Gestaltung unserer beiden Buttons. Grundsätzlich beziehe ich mich hier als erstes auf die Klasse Slider und sage, dass diese Slider-Klasse 100% des Screens einnimmt. Weil unsere Buttons absolut positioniert werden, müssen wir einen Ankerpunkt, nämlich Position Relative, auf unseren Slider vergeben. Wir wollen, dass alles abgeschnitten wird, was nicht Teil unseres Sliders ist. Deswegen sagen wir Overflow Hidden und benutzen jetzt die Slider-Button-Klasse, um unsere Buttons zu positionieren. Wie gerade schon gesagt, positionieren wir die absolut am unteren Ende unseres Bildes. Und wenn ich das abspeicher, sehen wir, sie sind jetzt ans untere Ende unseres Sliders gerutscht. Neben unserer Slider-Button-Klasse haben ja beide Buttons auch noch die Klassen Preview bzw. Next bekommen. Das bedeutet, wir können Next mit rechts positionieren und Preview in diesem Fall mit links. Jetzt sind unsere beiden Buttons korrekt positioniert und wir können uns darum kümmern, unser SVG, was der den kleinen Pfeil darstellt, besser anzupassen. Hierfür sage ich Image with 60% Aspect Ratio 1 zu 1, also das Bild soll immer viereckig sein. Und wenn ich das abspeicher, sehen wir jetzt einen riesengroßen Pfeil. Beide Pfeile müssen wir jetzt einmal drehen, nämlich Preview nach links und Next nach rechts. In dem Moment haben wir hier schon die korrekten Pfeile erzeugt. Anschließend geben wir unserem Slider-Button eine Weite und haben jetzt unsere beiden Buttons hier korrekt hingestellt. Allerdings müssen wir die jetzt etwas schöner machen. Einmal entfernen wir die Borde und fügen einen Cursor-Pointer hinzu und positionieren innerhalb unseres Buttons die Elemente genau in der Mitte. Außerdem wollen wir, dass auch unser Button immer 1 zu 1 hat, also ein Aspect Ratio bekommt. Und jetzt haben wir zwei wunderbare Buttons. Damit das Ganze jetzt auch noch ein bisschen netter aussieht, sagen wir Border Radius 0.5 und einen Background Blur. In diesem Fall Backdrop Filter Blur 10 Pixel. Jetzt würde alles, was im Hintergrund ist, etwas geblurrt werden. Aber wir wollen die Hintergrundfarbe noch anpassen, weil aktuell sieht das noch nicht schön aus. Deswegen vergebe ich hier einen Weißton mit 10% Deckkraft. Wenn ich das jetzt abspeiche, haben wir hier unsere beiden Buttons erzeugt. Diese beiden Buttons können aber aktuell noch nichts und dafür sollten wir jetzt erstmal ein paar Slides erzeugen. Um unsere Slides zu erzeugen, gehe ich jetzt einfach in unsere Slider-Klasse und erzeuge mir hier vier Bilder. Jedes dieser Bilder bekommt von mir die Klasse Slide. Wenn ich das Ganze abspeicher, sehen wir hier auch schon das Bild. Und wenn ich jetzt in unsere Style.scss gehe, kann ich einfach sagen, ich möchte unseren Slide jetzt 100% gestalten. Allerdings möchte ich den auch unsichtbar machen mit Opacity 0. Außer wenn ich hier der Slide-Klasse ebenfalls die Klasse Active gebe, dann setzen wir das CSS-Attribut Opacity 1, um es wieder sichtbar zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dem ersten Element Active gebe, dann sehen wir unser erstes Element, allerdings die restlichen Elemente nicht mehr. Wir haben aktuell aber noch ein Problem. Und zwar, wenn ich unser erstes Bild hier einmal selektiere, sehen wir, dass das komplett sichtbar ist. Unser zweites Element aber nicht, weil es unter unserem ersten Element liegt und daher nicht zu sehen ist. Wir müssen unsere Bilder jetzt übereinander stapeln. Das ist nicht zu sehen, weil wir hier oben ja Overflow Hidden benutzt haben. Und das bedeutet einfach nur, dass unsere Slides jetzt absolut positioniert werden müssen. Nämlich Position Absolute, Top Left, Bottom Right 0. Wenn ich das abspeichere und jetzt über die Bilder gehe, sehen wir, dass alle Bilder immer oben zu sehen sind. Also sie sind immer gehighlighted, nur unsichtbar. Wenn ich das Ganze jetzt abgespeichert habe, sehen wir auch, dass das Ganze jetzt wunderbar funktioniert. Und wir können damit starten, JavaScript zu benutzen, um unseren Event Trigger zu bauen. Das erste, was wir jetzt machen, wir definieren unseren Next Button, unseren Previous Button und unsere einzelnen Slides über Document Query Selector bzw. Query Selector All. Als nächstes brauchen wir eine Methode, um unseren, bzw. einen Event Listener, um unseren Button Click zu aktivieren. Hierfür definiere ich mir jetzt den Event Listener Click auf unseren Next Button. Hier drin wollen wir als erstes unser aktuell aktives Element, also den ersten Slide, selektieren über Document Query Selector Active. Außerdem wollen wir unser nächstes Slide Element selektieren. Dafür erzeuge ich mir die Variable Next und erzeuge mir jetzt mit Active Next Element Sibling eine Selektion auf unser nächstes Element. Als nächstes erzeuge ich mir eine Funktion Set Active, wo ich Active und Next übergebe. Diese Methode existiert aktuell noch nicht, deswegen muss ich mir die jetzt erstmal erzeugen. Unsere Methode erwartet einmal das Current Slide Element und das Next Slide Element. Unser Current Slide, dort entfernen wir über Classlist Remove die Klasse Active. Bei unserem Next Slide erzeugen wir über Classlist Add eine neue Klasse Active. Das speichere ich mir jetzt einfach mal ab und klicke jetzt hier auf den Button. Wir sehen, unser zweites Element hat jetzt die Klasse Active bekommen, jetzt hat es unser drittes Element und natürlich, wenn ich jetzt nicht so ein blödes Highlighting mache, hat das irgendwann unser letztes Element. Und wenn ich weiter drücke, hat kein Element mehr unseren Slide und wir bekommen hier auch einen Fehler, nämlich, dass unser aktuelles Classlist nicht existiert, weil Next aktuell nicht existiert. Es gibt kein Next Element Sibling. Wir können jetzt einfach hingehen und sagen, wir würden jetzt gerne unserem ersten Element oder quasi dem ersten Element etwas geben. Das geht ziemlich einfach, indem wir hier sagen, oder Slides und hier definieren wir einfach das erste Element, also unseren ersten Slide als alternatives Fallback. Das Ganze speichere ich jetzt ab und in dem Moment kann ich hier weiter drücken und wir kommen in eine Endlos-Loop, so funktioniert das wunderbar. Wir können jetzt das hier nehmen, einmal kopieren und hier sagen, das Ganze würden wir gerne für Previous machen, allerdings nicht mit Next Element Sibling, sondern, wie man es schon erwarten kann, mit Previous Element Sibling. Außerdem würden wir nicht das erste, sondern in unserem Fall das letzte Element auswählen als Fallback. Und damit das Ganze auch sauber ist, sagen wir jetzt hier oben nicht Next, sondern Previous und hier übergeben wir Previous. In dem Moment speichere ich das Ganze ab und aktualisiere hier, wir können nach vorne klicken, wir können nach hinten klicken, allerdings sehen wir, hier ist ab und zu noch ein kleiner Fehler. Aber warum ist dieser Fehler da? Warum funktioniert das aktuell nicht so richtig wie bei dem anderen? Wenn wir uns hier nochmal die Elemente angucken und ich hier weiter klicke, dann sehen wir, dass hier oben unser Button gerade Active bekommt. Und das ist das Problem, weil das auch zwei Element Siblings sind. Wir müssen also überprüfen, ob unser aktuelles Slide Element unser Button ist oder ein Image mit der Klasse Slide. Hierfür sage ich jetzt eine If Condition und hier sage ich, wenn unser aktuelles Preview Element eine bestimmte Klasse besitzt. In unserem Fall sage ich also, wenn unser Previous Element Classless Contains Slide besitzt, also die Classless Slide inne hat und das Ganze false ist, dann würde ich gerne unser Fallback triggern und das hier einfach mal etwas sauberer darstellen. Unser Previous wird jetzt einfach hier neu zugewiesen. In dem Fall sagen wir also, wenn unser Previous Element die Klasse Slide nicht hat, dann sagen wir, unser Previous Element soll unser erstes bzw. das letzte Element unserer Slide Klasse sein. Wenn ich jetzt hier hinklicke, sehen wir, dass wir jetzt auch komplett zurückgehen können und wir können hier komplett nach vorne gehen ohne Probleme. Wir können aber hier auch noch einmal sicher gehen und sagen, das Ganze würden wir hier auch noch einmal gerne machen und überprüfen das hier ebenfalls, sodass es dasselbe Vorgehen hat in beiden Funktionen. In dem Moment kann ich jetzt meinen Slider wunderbar triggern, auch wenn unsere Animation natürlich noch nicht vollständig ist. Allerdings muss man sagen, dieser Code hier ist suboptimal. Wir haben hier diverse Wiederholungen und die Logik in diesen beiden AddEventListener Funktionen ist sehr ähnlich zueinander. Deswegen sollten wir das einmal refactoren. Das Erste, was wir refactoren wollen, ist, wir entfernen in beiden Funktionen die Selektion auf unsere Aktivklasse und erzeugen uns hier eine neue Methode, getCurrentSlide, wo wir das aktive Element gerade selektieren. Damit haben wir schon mal ein bisschen Code vereinfacht. Wenn wir uns das jetzt mal im Detail angucken, haben wir hier drei wichtige Parameter, die wir übergeben müssen. Einmal, wir haben unser aktives Element. Wir haben unser Previous, also was ist unser Previous Element Sibling. Unser nächstes Element ist hier Previous beziehungsweise Next Element Sibling. Und wir haben noch einen Unterschied, nämlich hier wollen wir das letzte und hier das erste Element selektieren. Um das jetzt zu vereinfachen, erzeuge ich mir eine neue Methode. Unsere neue Methode heißt SetNextSlide. Braucht einmal ein Target, ein New Slide und ein Fallback. In unserem Fall können wir jetzt also sagen, das Erste, was wir machen, unser aktives Element, definieren wir als New Slide. Außerdem brauchen wir eine Abhängigkeit, unsere If Condition, die wir hier oben haben. Die brauchen wir auch in Zukunft und sagen hier, if Next, das stimmt so nicht, weil was wir machen wollen, ist unser New Slide, wollen wir selektieren. Das nächste, was wir auch in unserer neuen Methode machen müssen, ist hier zu sagen, unsere Condition, die wir ja in beiden Event Listener Funktionen benutzen, wollen wir jetzt auf unser New Active legen und kontrollieren hier, ob unser New Active die Klasse Slide besitzt oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann wollen wir unser New Active neu zuweisen, nämlich hier mit unserem Fallback. Wenn ich das Ganze abschweiche, passiert jetzt erstmal nicht viel, weil wir können jetzt auch hier einfach unser SetActive aufrufen. Allerdings übergeben wir jetzt hier unser Target, weil das ist unser Current Slide und unser New Active als nächstes Element. Bei unserem Next Button können wir jetzt die Funktion Next Slide aufrufen. Als erstes übergeben wir dann unseren Current Slide, also den Slide mit der Klasse Active. Als nächstes sagen wir, unser New Slide ist unser nächstes Siblings Element und als Fallback definieren wir hier Slides. Das bedeutet, wir haben jetzt hier den Code vereinfacht und können das jetzt abspeichern. Wenn ich jetzt auf unser nächstes Element klicke, sehen wir, alles funktioniert wunderbar, aber wir haben den Code jetzt vereinfacht bzw. besser gestaltet. Das Ganze können wir jetzt natürlich hier auch mit unserer Previous Funktion machen. Und zwar sage ich hier SetNextSlide, GetCurrentSlide, GetCurrentSlidePreviousElement und das letzte Element als Fallback. Das speichere ich mir jetzt einmal ab, formatiere es und wir haben jetzt unseren Code vereinfacht und allen überflüssigen Code rausgeschmissen. Ich kann jetzt hier durchdrücken in beide Seiten und erzeuge wunderbar Elemente. Was jetzt allerdings noch ein Problem ist, ich habe alle vier Bilder hier manuell hinzugefügt. Das wollen wir natürlich in Zukunft nicht mehr, deswegen lösche ich die jetzt einmal raus. In unserer MainJS erzeuge ich mir jetzt hier oben einen Aufruf auf unseren Slider und definiere mir alle vier Bilder, die wir haben, als Variable. So könnt ihr einfach neue Bilder hinzufügen, ohne manuell HTML-Code schreiben zu müssen. Als nächstes rufe ich eine Funktion auf CreateSlider. Diese Funktion ist aktuell noch leer, allerdings müssen wir jetzt einmal für jedes Bild einen Aufruf machen. Das machen wir über eine einfache ForEachLoop und reifen hier auf das Image und den Index zu. Für jedes Bild erzeugen wir uns jetzt über DocumentCreateElement ein neues DiffElement und benennen das als Variable Slide. Jede dieser DiffBoxen bekommt von uns noch eine Klasse Slide und der ersten dieser DiffBoxen, also da wo Index 0 ist, da setzen wir auch die Klasse Active, sodass direkt von Anfang an ein Element als aktiv definiert wird. Am Ende davon fügen wir diesen Slide noch dem aktuellen Slider hinzu und speichern das Ganze ab. In unserem HTML-Code sehen wir jetzt unsere vier DiffBoxen, nämlich Slide, 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 Slide und hier oben noch die Klasse Active. Wenn ich jetzt klicke, sehen wir, dass das durchgeht. Wenn ich jetzt aber weiter klicke, haben wir ein Problem. Und zwar unser Bild ist jetzt nicht mehr selektiert, weil unser Fallback, hier das letzte und hier das erste Element zu selektieren, nicht mehr funktioniert, weil unser Aufruf hier oben für Slides nicht mehr korrekt getriggert wird. Das müssen wir jetzt modifizieren. Und zwar müssen wir einmal sagen, dass Slides hier oben einfach nur noch eine Variable ist, die wir jederzeit verändern können. Und das bedeutet, wir gehen hin und nach der Selektion, nach der Erstellung unserer ganzen Slides, wollen wir das neu selektieren. Hierfür gehe ich hier runter und sage, Slides selektieren wir hier neu, in dem Moment, wenn wir sie erzeugt haben. Wenn ich das Ganze abspeichere, dann kennt unsere Variable Slides jetzt wieder alle Slides, die wir gerade erstellt haben. Und wenn ich hier durchklicke, funktioniert unser Loop wieder wunderbar. Ihr seht aber, wir haben aktuell keine Bilder mehr. Und das hat einen Grund, weil wir brauchen nicht nur ein Bild, was wir hier anzeigen, sondern wir brauchen mehrere Bilder. Wie unser Effekt an sich funktioniert, müssen wir uns jetzt einmal in Adobe XD ansehen. Okay, was ist denn unser Plan? Grundsätzlich haben wir unseren Slider. Dieser Slider kann N Slides besitzen und jedes dieser Slide-Elemente besitzt natürlich wiederum ein Bild. Allerdings nicht nur ein Bild, sondern wir haben drei davon. Ein Mittel, Outer und Inner Bild. Diese drei Bilder skalieren wir jetzt einfach mal so, dass sie genau in der Mitte übereinander liegen, skalieren sie größer als unseren eigentlichen Slide, sodass, wenn wir die Bilder rotieren später, wir hier nicht auf Probleme stoßen. Was wir jetzt machen wollen, ist eine Maske zu erstellen. Diese Maske wird dafür sorgen, dass wir unser Bild als Kreis in der Mitte darstellen. Also wir schneiden einen kleinen Teil unseres Bildes hinaus und das machen wir auch mit dem Mittel. Also Inner und Mittel sind quasi unsere beiden Bilder, die wir einfach zusammenschneiden zu einem Kreis. Wenn wir jetzt das Ganze mal als vollständiges Bild betrachten, jetzt unsere Maske darauf legen und das Ganze rotieren, dann sehen wir, wir kommen sehr nah an den Effekt, den ihr zu Beginn des Videos gesehen habt. Wenn wir das Ganze jetzt auch noch verblüren, dann seht ihr, wir haben den Effekt erzeugt, den wir haben wollen. Aber wie genau machen wir das denn jetzt in CSS und JavaScript? Wir wissen jetzt, unser Effekt besteht aus mehreren Bildern. Das bedeutet, wir erzeugen uns jetzt einen Aufruf, um mehrere Bilder zu erzeugen, nämlich die Variable Images. Und hier erzeugen wir ein Create Slide mit unserem aktuellen Bild. Die Funktion Create Slide erwartet unser Bild und erzeugt uns jetzt beispielsweise ein Bild Inner mit Document Create Element Image. Hier erzeugen wir jetzt eine Klasse Inner, sagen unser Inner Bild hat aber ARIA Hidden True, also ist nicht sichtbar für Screenreader und bekommt hier unser Inner Punkt SRC, sodass wir sagen Image, also den Link zu unserem aktuellen Bild. Jetzt returnen wir ein Array mit unserem Inner Bild, speichern das Ganze ab und haben jetzt hier oben ja unsere Images. Diese Images können wir jetzt einfach über eine Pen Child an unser aktuelles Bild hinzufügen, also Images for each image slide append child image. Das nächste, was wir jetzt machen, wir fügen ja unseren Slider hinzu und wenn ich das Ganze abspeicher, sehen wir jetzt hier, wir haben unsere Bilder hinzugefügt, die aktuell aber nicht richtig positioniert werden. Wir haben ja aber nicht nur ein Bild, sondern wir haben mehrere. Das bedeutet, ich erzeuge mir dasselbe hier einmal für Mittel, erzeuge hier die Klasse Mittel und am Ende erzeuge ich mir noch einmal Outer, wo ich allerdings ARIA Hidden weglasse, sodass ein Bild von einem Screenreader gesehen werden kann, aber nicht alle. In dem Moment habe ich hier drei Bilder. Alle drei Bilder sind jetzt zu sehen für alle Elemente, allerdings habe ich hier das Problem, dass ich Mittel noch nicht exportiere und auch Outer noch nicht exportiere. In dem Moment, wenn ich uns das jetzt mal anzeige, sehen wir, wir haben innerhalb unseres Slides drei Bilder. Wir haben einmal ein Bild mit der Klasse Outer, Mittel und Inner. Was wir jetzt machen können, ist unsere Bilder korrekt zu stylen. Innerhalb unserer Style.s CSS erzeuge ich mir jetzt einen Zugriff auf unsere einzelnen Bilder. Hier positioniere ich unsere Bilder absolut und sage With und Tide 100%. Wenn ich das abspeichere, sind unsere Bilder jetzt wieder komplett zu sehen, allerdings entferne ich hier oben unser Opacity-Element. Wenn ich das jetzt hier mache, möchte ich nämlich Opacity in Active später setzen, allerdings möchte ich das direkt auf unsere einzelnen Bilder definieren. Außerdem mache ich unsere Bild-Elemente größer als unseren eigentlichen Slide und sage hier Scale 1.2. Für die Einfachheit lasse ich gerade mal kurz Opacity sichtbar. Als nächstes wollen wir den Content unserer Bilder positionieren. Das machen wir über Object Fit Cover, sodass immer unser komplettes Element gecovert ist, egal was wir für ein Bild haben. Und wir sagen, dass unser Bild immer genau zentriert positioniert sein soll. Außerdem wollen wir unsere Bilder etwas blören. Das machen wir einfach über Blur 50%. Wenn ich jetzt hier durchklicke, sehen wir, wir haben allerdings alle Bilder, die permanent sichtbar sind. Deswegen entfernen wir das mal kurz und sagen hier oben, definieren wir unser Bild jetzt in Active und sagen Opacity soll jetzt bitte einmal 1 werden. In dem Moment, wenn wir das getan haben, können wir ebenfalls Scale hier oben positionieren, indem wir auch sagen Scale 1. Wenn ich jetzt hier durchspringe, sehen wir wunderbar, dass wir so blurry Bilder haben und wir können jetzt durch unsere Bilder durchnavigieren. Das bedeutet auch, wir können nicht nur unseren Blur modifizieren, sondern wir können hier ebenfalls unseren Blur wieder auf 0 setzen und jetzt haben wir unser aktives Element, was immer geblurrt bzw. nicht mehr geblurrt wird. Jetzt können wir noch eine Animation erzeugen, sodass wir hier auch ein bisschen Animationseffekte benutzen und sagen Transition All 1 Sekunde Ease. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, haben wir schon einen wunderbaren Image Slider mit einem Blur Effekt. Aber wie bauen wir jetzt diesen Radial Animation Effekt, den wir gerade in der Anleitung gesehen haben? Grundsätzlich erzeugen wir auf unsere drei Klassen Inner, Middle und Outer jetzt jeweils ein Z-Index und positionieren die so übereinander, dass sie immer schön übereinander liegen und zwar in der richtigen Reihenfolge. Als nächstes drehen wir unser Bild mit der Klasse Inner um minus 30, das Middle um plus 30 und das Outer um minus 5. Wenn wir das jetzt abspeichern, seht ihr, dass das alles sich hier so ein bisschen gedreht hat, allerdings noch nicht so richtig aussieht. Was wir jetzt nämlich machen müssen, ist unsere einzelnen Bilder etwas zu modifizieren. Und zwar entfernen wir hier oben das Scale und in dem Moment wird es immer schön sichtbar sein, auch wenn wir das Ganze rotieren. Um jetzt unsere Kreise zu erzeugen, erzeuge ich mir als erstes ein neues Attribut, nämlich Clip Pass. Erzeuge hier eine Ellipse, die 5 Rem in beide Richtungen hat und genau in der Mitte positioniert wird. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir, wir haben in der Mitte einen Kreis. Das können wir jetzt noch einmal machen für unseren Mittel und zwar sagen wir hier, wir haben nicht 7, sondern zum Beispiel 8 Rem und speichern das Ganze ab. Jetzt haben wir zwei Kreise, aber ihr seht, irgendwas funktioniert hier noch nicht so richtig. Wir haben hier noch Variablen, die nicht korrekt passen und hier auch ein bisschen abgeschnitten sind und das müssen wir auf jeden Fall noch positionieren und verbessern. Und zwar können wir das durch CSS Variablen ausgleichen. Wir sagen jetzt, wir haben unser Inner, wo wir auf die CSS Variable Inner verweisen und Middle, wo wir auf die CSS Variable Middle verweisen. Wie wir jetzt jedoch sehen, sind unsere Bilder nicht mehr rund, weil unsere Variablen nicht definiert sind. Wir wollen das abhängig von der aktuellen Browsergröße machen, deswegen gehen wir jetzt hier in JavaScript und definieren uns zwei neue Methoden. Einmal sagen wir Window Add Event Listener Resize, wo wir die Methode Calculate Size aufrufen und hier unten rufen wir die einfach einmal so auf beim initialen Setup. Innerhalb dieser Methode müssen wir jetzt die Weite und Höhe unserer Sliders definieren. Das machen wir über eine Variable Width und Height, sagen Slider Get Bounding Client Rectangle. In dem Moment haben wir jetzt die Weite und Höhe und müssen jetzt entscheiden, ob wir gerade im Landscape oder im Portrait Modus sind. Hierfür sage ich hier eine Condition, ist Weite gerade kleiner als Höhe. Wenn das der Fall ist, dann würde ich gerne eine neue Property setzen, nämlich eine CSS Property auf unseren Slider. Und zwar brauchen wir davon zwei Stück. Das brauchen wir auch hier unten. Der Unterschied ist jedoch, wie wir die insgesamt benutzen. Und zwar wollen wir bei allen Properties Inner- und Mittel aufrufen, also in beiden Varianten Landscape und Portrait und wollen hier einen Pixelwert dran mappen. Wenn wir im Portrait Modus sind, wollen wir hier oben unsere Höhe nutzen als Ausgangspunkt und sagen hier unsere Höhe durch 6 und unsere Mittelhöhe durch 4. Bei unserem Landscape Modus wollen wir die Weite durch 6 teilen und die Weite in unserem Mittelfall durch 2.7. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir, wir haben wunderbaren Kreis generiert und wenn ich jetzt hier klicke, sehen wir, dass auch alles wunderbar animiert wird. Die Größe des Kreises und allgemein die Zusammensetzung könnt ihr hier also wunderbar modifizieren. Wenn ich jetzt zurück in unsere Style.s CSS gehe, wollen wir aber jetzt unseren Active Style definieren, weil aktuell sieht das ja nicht so gut aus, wenn hier der Kreis immer in der Mitte zu sehen ist. Was wir jetzt also machen wollen ist, unseren Mittel-Style komplett einmal definieren für unsere drei Klassen und zwar sagen wir Inner-, Mittel- und Outer-Rotate jeweils 0 und ich speichere das Ganze ab. In dem Moment haben wir jetzt ein sauberes Bild, das wunderbar aussieht. Wenn ich jetzt weiter klicke, bekommen wir aber immer diese Radial-Animation in der Mitte angezeigt, wenn wir wechseln. Das Ganze könnt ihr also modifizieren, anpassen, mehr Kreise, weniger Kreise, das ist komplett euch überlassen. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr hier. Im Prinzip habt ihr also die Möglichkeit, wirklich coole Slides zu bauen und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch unter dem Video und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal.